Also ich rede gern hier über, wie beschreibt uns ein Kind die Wirkung der elektrischen Stimulation auf sein CI-System. Möchte aber vorher noch meinen Nachfolger Matthias Hay, mit dem ich viele Jahre lang in Kiel zusammenarbeiten durfte, Götz Brademann, den Implanteur des Kieler Zentrums und Arno Vogel, den pädagogischen Leiter des Cochlea-Implantzentrums Schleswig-Kiel erwähnen, denn ohne die wäre das, was ich jetzt erzähle, nicht möglich gewesen. Also eine wichtige Aufgabe in der Versorgung der Kinder mit den Cochlea-Implantaten ist die Anpassung an deren individuelle Bedürfnisse und da stellen uns die Hersteller in ihrer Software eine Riesenmenge von Parametern zur Verfügung und da muss man irgendwie dann subjektive oder objektive Antworten bekommen, um die anzupassen und eine sehr wichtige Aufgabe ist dabei die Bestimmung von Schwellenwerten. Zwischen dieser Hörschwelle, also dem Wert, wann man gerade eben etwas hört und einem Wert, der häufig als Komfortwert, also der gerade noch eben gut zu tolerieren ist in der Lautstärke, dazwischen soll die Stimulation stattfinden. Und wenn das nicht so ist und solche Kinder haben wir gesehen, die von anderen Zentren kamen, weil sie sich nicht entwickelt hatten, ja die waren unterstimuliert. Da liegt dann das, was eigentlich der Komfortwert sein soll in einem Bereich, wo die man so gerade eben was hören. Ja, da haben die mal drauf reagiert irgendwann, aber das ist viel zu wenig. Und das Umgekehrte gibt es auch, wenn wir das, und das haben wir selber gemacht, weil es gibt viele Eltern, die kommen an und sagen, mach mal ein bisschen mehr. Und wenn man dann darauf eingeht und die Schwellen immer höher setzt, die Kinder machen das mit, die Kleinen. Die gewöhnen sich an sehr viel. Aber dann werden die Stimulationsfelder immer breiter. Und je höher wir mit der Stimulationsintensität gehen, desto breiter sind die Felder, desto schlechter wird die Frequenzdiskrimination für die Kinder sein. Also es ist wichtig, dass man das vernünftig einstellt. Für Erwachsene haben wir gut psychoakustische Messverfahren für all diese Aufgaben in den Händen. Die sind prima untersucht und gut einsetzbar. Bei den Kindern steht uns viel weniger zur Verfügung. Wir haben gelernt, wir müssen rechtzeitig implantieren. Und rechtzeitig heißt, bei einem kongenitaltauben Kind soll das bitteschön schon mit einem Jahr versorgt sein. Das heißt, der Sprachprozessor soll in erster Näherung gut angepasst sein. Und da haben wir dann Reaktionsaudiometrie und Ablenkungsaudiometrie und Spielaudiometrie. Da haben wir gestern prima gehört, was da alles so geht. Aber auch die PET-Audiologen stützen sich auf objektive Messverfahren. Und Ziel meines Vortags jetzt ist zu sagen, wie helfen uns die objektiven Messverfahren in der Bestimmung dieser beiden sehr wichtigen T- und C-Werte. Da steht uns der Stapedius Reflex zur Verfügung, den wir intraoperativ visuell messen können oder postoperativ mit den Apparaten, die in jeder guten Audiometrie stehen. So ein Impedanzaudiometer sollte eigentlich jeder haben. Und das können wir mit elektrischer Stimulation und mit akustischer Stimulation machen über den Sprachprozessor dann. Wir benutzen die eBera überhaupt nicht mehr im Rahmen dieser Anpassung von Sprachprozessoren, weil sie zu langwierig ist und man braucht ein ruhiges Kind. Haben wir gestern auch schon alles gehört, was da so drumherum ist. Die Summenaktionspotenziale, die von den führenden Herstellern der Cochlea-Implantate über das Programmiersystem messbar sind, sind da viel geeigneter. Und darüber möchte ich reden. Intraoperativ sehen Sie an dem Reflex auf der Sehne des Muskels des Stapedius, dass der Reflex ausgelöst wird und durch Variation des Pegels lässt sich da die Schwelle bestimmen. Postoperativ können Sie so einen schicken Aufbau nutzen, der auch eine Skalierung gleichzeitig einbezieht, aber das brauchen Sie überhaupt nicht. Und bei den kleinen Kindern geht das mit dem Skalieren sowieso nicht. Dann nehmen Sie auch wieder Ihr klinisches Impedanzgerät her, benutzen die herstellerabhängige Software und können jede Elektrode einzeln stimulieren und darüber den Reflex messen. Die Reflexschwelle liegt so im Bereich von etwas übermittellaut. Das ist so der Bereich, wo der C-Wert hingehört. Wenn Sie das mit 22 Elektroden machen wollen und eine Schwelle messen wollen und das wollen Sie mit einem halbjährigen Kind machen, das sowieso eigentlich gar nicht recht tolerieren will, dann ist es ziemlich illusorisch, dass man da in einer vernünftigen Zeit irgendwelche Werte hinkriegt. Wir benutzen also intraoperativ gemessene Schwellen und hier ist ein Vergleich bei Erwachsenen zwischen der intraoperativ gemessenen Schwelle und einer Schwelle, die später, nachdem der Sprachprozessor angepasst ist und der Patient sich daran gewöhnt hat, gemessen wurde. Und dabei kommt raus, dass zwar eine hochsignifikante, aber sehr schlechte Korrelation da ist. Also da gibt es einen Zusammenhang, ist signifikant, aber der ist ziemlich locker. Da ist große Unterschiede drin. Das andere ist, man kann gucken, wie passt das bei diesen Erwachsenen, die völlig unabhängig angepasst sind, zu den C-Werten. Und das passt eher noch schlechter. Da gibt es hier welche, oh, Entschuldigung. Da gibt es hier außen ein, da ist die Stapedius-Schwelle doppelt so hoch wie der C-Wert. Das machen Sie mal mit dem Kind. Also ich könnte das nicht übel nehmen, wenn das dann erstmal eine Weile lang überhaupt nicht mehr mit mir zusammenarbeiten mag. Also da ist eine sehr breite Streuung und eigentlich keine vernünftige Korrelation. Also bei unseren Messungen konnten wir leider nicht diese super guten Korrelationen, die Stefan und Welze Müller gefunden haben, reproduzieren. Man kann in unseren Augen die schlecht hernehmen, um einen sehr guten Wert gleich zu haben für die Anpassung. Wir denken aber, dass die Schwelle des Stapedius-Reflexes, den wir intraoperativ messen, ein gutes Maß ist als Obergrenze für die C-Werte. Wenn wir so ein Kind haben, was nicht reagiert und diese Kinder gibt es. Da können sie stimulieren und stimulieren und immer höher und immer höher und irgendwann fangen sie an zu weinen, aber da sind sie sicherlich viel zu weit. Deswegen gehen wir im Rahmen der Erstanpassung nicht über diese Schwellenwerte hinaus, die wir intraoperativ gemessen haben. Gut, was machen wir dann noch? Wir kontrollieren im freien Schallfeld das, was wir gemacht haben. Wir programmieren eine Map in den Sprachprozessor ein, benutzen die so, wie die in der täglichen Benutzung läuft und spielen Schmalbandrauschen über den Lautsprecher vor. Wieder können Sie hier Ihr klinisches Impedanz-Audiometer benutzen und weiter nichts. Das schließen Sie an einen Aktiv-Lautsprecher an, kalibrieren das. Einfacher Setup. Und hier ist das Audiometer, was wir dafür benutzen. Und es gibt eine gute Information. Sie brauchen natürlich ein intaktes Mittelohr dafür. Das heißt also, so eine Spitze im Tympanogramm ist schon notwendig. Wenn das zu flach ist, kriegen Sie nichts raus. Aber dann können Sie die Stapedius-Reflex-Schwelle messen, wie hier rechts zu sehen, Y-Kontralateral. Das ist kein prognostisches Kriterium für das Sprachverstehen, was Sie da messen. Also hier dargestellt ist auf der linken Seite eine Gruppe von Patienten, die spitze Tympanogramme hatten, also wo es nicht schon so ein messtechnisches Problem ist, aber keine Stapedius-Reflexe messbar waren. Und auf der rechten Seite ist eine Gruppe dargestellt, bei der 500 Hertz, 1 Kilohertz, 2 Kilohertz und 4 Kilohertz einen Reflex auslösten. Und in der Sprachverständlichkeit ist überhaupt kein Unterschied im Sprachverstehen. Gut, also da hilft es nicht. Aber es hilft bei diesen Kindern hier, die uns keine so richtigen Informationen geben, ist es denn wirklich nicht zu laut, das, was wir da eingestellt haben. Und wenn wir dann Stapedius-Reflexe messen und mit einem breitbandigen Stimulus den Stapedius-Reflex bei 40 dB auslösen können, dann sollte man schon nachdenklich werden, was man denn da gemacht hat. Und das zeigt sich hier dann auch, es gibt weitere Frequenzbereiche, in denen man das korrigieren muss. Da sind die C-Werte einfach zu hoch gesetzt. Gut, also es ist ein nützliches Tool zum Übermessen dessen, was wir tun. Und wir kriegen dann die Antwort, der Stimulus ist adäquat, wenn wir einen Reflex sehen, der im Bereich zwischen 70 und 80 dB ist. Es ist nicht zu laut für das Kind und vor allen Dingen kann das Kind hören. Gut, ich hatte gesagt, Eberas machen wir nicht mehr. Jedenfalls nicht für diesen Zweck. Aber wir messen Summationspotenziale des Hörnervs. Auch so ein Bild haben Sie gestern schon gesehen. Wir stimulieren und benutzen die intrakochleär liegende Elektrode, um die Antwort zu messen. Und die wird dann telemetrisch nach außen gesendet. Das wird unterstützt von den führenden Herstellern von Cochlea-Implantaten. Und es gibt auch bei Cochlea und Advanced Bionics ein automatisches Verfahren, was schnell schwellend ist. Bei Cochlea schneller als bei Advanced Bionics. Aber das funktioniert. Mit dem Verfahren von Medell haben wir nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen. Wenn wir bei den beiden anderen sagen, es ist die Ausnahme, dass wir keine Antwort bekommen, dann ist das beim Medell eher andersrum. Das Auto-NRT-Verfahren, was dieses automatische Schwellensuchverfahren von Cochlea ist, benutzen wir super gerne. Das ist schnell. Intraoperativ kriegen wir Antworten von 22 Elektroden in sieben Minuten. Postoperativ ist es noch schneller. Alle 22 Elektroden geben eine Antwort in fünf Minuten. Das ist ziemlich genau. Wenn wir das von Hand nach untersuchen, dann ist die Abweichung innerhalb der Messgenauigkeit in 93 Prozent der Fälle. Und das ist eigentlich ein super gutes Verfahren für automatische. Nur ein Prozent muss man wirklich wegschmeißen eigentlich. Das sieht der Automatismus nicht, aber da ist die Abweichung eben sehr groß. Die Test-Retest-Genauigkeit ist intraoperativ und postoperativ. Eben diese fünf Stimulationseinheiten, die ich eben schon erwähnt hatte. Es gibt einen großen Unterschied, wie auch bei den Stapelius-Reflexen schon, zwischen den intraoperativ gemessenen Schwellen und den postoperativ gemessenen. Über die Zeit ist es dann nachher sehr stabil und man kann das benutzen zum Kontrollieren, wenn man an den Maps nichts macht. Denn die E-Cup-Schwellen sind leider nicht unabhängig von dem C-Wert, der in der täglichen Nutzung in der Map programmiert ist. Das ist natürlich blöd, wenn ich so ein Kind überstimuliert habe, dann kriege ich hinterher raus, ist doch alles in Ordnung. Also man muss da super vorsichtig sein. Hier ist das dargestellt, die grüne Kurve zeigt die Reduktion von C-Werten. Wir haben das am Anfang immer höher gestellt. Warum auch immer, weil wir den Eindruck hatten, ein Kind reagiert nicht. Und dann irgendwann haben wir angefangen, das wieder zu reduzieren. Das führt dazu, dass die Kinder und Eltern sagen, es ist zu leise, aber wenn man eine Weile wartet, dann passen sie sich prima an. Und die rote Kurve zeigt, dass die Schwellen eben mit runtergehen. Dieses hier ist ein Advanced Bionics-Implantat gewesen. Aber das ist auch bei Cochlea-Implantaten so. Das ist ein allgemeines Phänomen offenbar. Also man muss sehr vorsichtig sein in dem, was man macht und das gut kontrollieren, zum Beispiel mit Stapelius-Reflexen. Wir gehen so vor, dass wir ein Schwellenprofil bei der Erstanpassung messen. Dann nehmen wir den Dynamikbereich, den wir von Erwachsenen kennen und stellen die T-Werte sehr niedrig ein, fahren das Ganze ganz weit runter und schalten das dann live. Dann hört das Kind nichts. Dann unterhalten wir uns laut, so was 70 dB, fließende Sprache oder so was, und erhöhen T- und C-Level synchron während das Kind das hört. Und das reagiert dann. Das ist nicht immer so freudig wie hier. Aber damit sind wir erst mal fertig. Wir passen auf, dass wir unterhalb der intraoperativ gemessenen Stapelius-Reflexschwellen liegen. Das machen wir schon eine ganze Weile so. Und das machen wir auch mit Erwachsenen so. Und wenn wir dann, das traditionelle Verfahren bei den Erwachsenen war ja, dass man für T und C-Werte alle einzeln psychoakustisch bestimmt. Wenn man jetzt Sprachverstehensergebnisse anguckt, wie hier, dann werden Sie mir sagen, die sind ja alle im Sättigungsbereich. Bei 70 dB sind sie das auch. Bei 65 dB sind sie es nicht. Da ist aber kein richtiger Unterschied zwischen den Ergebnissen. Eher sind die mit diesem teilautomatisierten Verfahren angepassten ein bisschen besser. Das liegt daran, dass die modernere Sprachprozessoren haben, als die alten Patienten, die wir da angeguckt haben. Die Indikation sollte bei diesen Kollektiven gleich sein und der Erfahrung. Gut, ich habe ein bisschen lang gebraucht, sodass ich das weglasse. Und das schon erst recht. Wir gehen nicht auf irgendwelche Sachen mit Dumpf und Schrill ein bei den kleinen Kindern. Diese Informationen kriegen wir sowieso nicht. Also wir stellen irgendwas ein. Ich bin eigentlich überzeugt, dass die Plastizität des kindlichen Gehirns unsere Fehler im weitestgehenden toleriert. Wenn sie nicht so scharf sind, dass die Kinder gar nicht stören oder es zu laut ist. Das Verfahren ist sicher und schnell und wird mittlerweile auch kommerziell hergestellt von einem von den Herstellern und erlaubt uns, dass diese Situation hier denn auch nicht auftritt. Wir brauchen die Kinder nicht sechs Stunden am Tag. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und entschuldige mich, falls ich zu lange gebraucht haben sollte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.